Ich habe mein Geburtstag in. Ich habe ihn ein paar Jahre jünger mockt. Vielleicht gäbe sie mir ja nur Arbeit. Moin, ich bin Hinrich. Wenn ich die Abtuch hätte, hätte ich aber nicht lange liegen. Ja. Nee, ist mir ein Föhrgänger weg. Der ist tot. Ruhig atmen. Du kannst das hinriesen. Du hörst noch nicht zu den Oli Isen. Wie können die Boote ruhig holen? Die Bunker ist brennt und wir müssen damit so viel Gefühle reingehen. Das wird allstecken. Machen das nun sich. Läut mich der der in Ruhe. Ich glaub er in Ruhe. Manfred, der Dicke will teuroden. . Hey, ey, sei wat, dann. Es gibt ja nicht die Sachen. Diese Akkus wird im Vermögengebergen. Und dann kann man sie nicht legen. Ach, Gott. Ja, ich passe alle ab, da mag ich mir keinen Sorgen. Demso tüft ich noch mal an und dann knallt beim Kopf um. Das klappt nie nicht.